Der erste Mal gewonnen Warum sind Sie jetzt gegen mich? Du hast alles vermasselt, was du angepackt hast. Abgerechnet für Zuschuss gilt das nicht mehr. Ich brauche nur Geld für meinen Wahlkampf. Und ein Thema. Wie wäre es mit Kontinuität? Kontinuität? Du hast das Land in die Scheiße geritten. Aber mit Kontinuität? So, liebe, ich möchte Sie nur auf ein paar ganz... ...simple Fakten aufmerksam machen. Sind Sie bereit? Sehr verständlich, Sir. Wie viele Einwohner hat denn unser Land? Na, ich sage es Ihnen, 350 Millionen und ein paar zerquetschte. Unthanksgiving. Wie viele von denen essen Trutal? Sir, sämtliche. Alle essen Trutal. Alle, Sir. Das wäre spitzelig. Aber ich würde sagen, da hat es eine spontane Diskussionsgrundlage gegeben. 100 Millionen? Ist das solide? Weil ist das fair für alle, die es angeht? Ja, selbstverständlich, Sir. Und was kostet nun Trutal das Pfund? Bitte? Heute Morgen, als sich die Ladentüren öffneten in den Supermärkten, da war Trutal für wie viel zu haben? Ich weiß nicht, die regionalen Unterschiede stellen. Kommen Sie mir nicht auf die Krumme tun. Was kostet Trutal das Pfund? Trutal Handelsklasse A? Wissen Sie zufällig, wo das bulgarische Plüpp-Tisch liegt? Wir haben die Kraft, uns zu berechtigen. Ach, Thanksgiving ist nicht richtig. Als kleine, spontane Diskussionsgrund. Ach so, Thanksgiving. Unser größter nationaler Volksfeiertag war nicht richtig. Ja, es ist ein eurozentristischer Wahlabrag. Wissen Sie das? Unrecht führt zu... Opfern? Und wer sind die Opfer von Thanksgiving? Ah, sind denn die Trutel-Monster? Es sind die Trutel-Monster. Sie schreiten mir die passende Rede dazu. Und ach, zack, habe ich die Macht, Trutel-Monster. Geladig, zack, zack, zack. Gut, ich verlange 200 Millionen Dollar Cash auf die Hand und das zum Frühstück. Und wenn ich die nicht bekomme, vergnadige ich jeden einzelnen verdammten Trutal in diesem unserem Land. Wer zum Teufel sind Sie? Wer zum Teufel ich bin? Wer zum Teufel ich bin? Ah, hier! Das bin ich! Wer zum Teufel sind Sie? Sie aus Europas München wieder kreppst, ja! Ich bin auf der selbefreien Stadt. White Crackle! Wo ist mein Chicken Service? Kaffee Pause. Scheiße, man!